Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von DSBD, diesmal wieder mit Speedwonders, mit dabei natürlich die üblichen Tatverdächtigen, Kevin und Christian. Was soll denn das, üblicher Tatverdächtige, hallo? Ähm, ich kann mich nicht bewegen. Das war keine Absicht, ich schwöre es. Das war wirklich keine Absicht, ich wollte den Controller, Alter, das war so, äh, egal. Alter, hab ich gewusst. Nein! Ich glaube, er erkennt meinen Controller nicht. Aua. Nein, deswegen spiele ich auch mit Massen-Tastatur, ja. Äh, er kennt meinen Controller nicht. Och man, was ist das für ein Mist? Deh, 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 deh. Deh, 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 deh. Ah, ne. Ich krieg den Grund, er kennt er meinen Controller nicht, ein Mist. Äh, wie spielt man das mit Massen-Tastatur? Äh, Pfeil-Taste laufen. der taste was und der taste ist nicht springen bei mir ich kann nicht springen okay haken es ist bis x ja die seite habe ich keins aber ich kann nicht springen probier mal steuer ich kann nicht ich kann gar nichts machen ich kann gar nichts machen springen ist auf z ok da habe ich es umgelegt ok there we go ist das ungewohnt man was mache ich hier nein rakete Danke für den Schub Au Warte, wie geht man denn? Wo ist denn der automatisch, ne? Die Geschwindigkeit? Ne, ja doch Oh wow Hast du dir gedacht, er hat immer getroffen mit deiner Dings? Ne Hey Fick dich Fuck ey, Mann Ich muss den scheiß Feuerball ausweichen Ich komm nicht hinterher Scheiße Ne Ähm, hast du gerade eine Pfeife gefressen? Ja Ja genau Ja genau Oh Oh Oh, bin ich so langsam? Nein Oh Fuck Fuck Oh 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 Mann Oh 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 Alter Alter Ich bin einfach weitergerutscht Toll 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 Mann Oh 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 Ich bin voll für den Arsch Ja Weil du da immer springst Okay, warte mal kurz Äh Einstellungen Soll ich kurz warten, ähm, oh. Wie steh ich denn eigentlich da? Ja, dann beide kurz. Nein. There we go. Okay. Äh, dann... Warte. Ich glaube auch noch reinladen. Ja, gleich. Warte, da kann ich dir beitreten einfach. Ich kann dir auch beitreten, das passt. Da! Ihr habt schon eine Runde gestartet. Ähm. Ich habe nicht mehr bekommen, was rausgegangen ist. Ja. Ich glaube, Christian auch nicht. Niemals. Au, au, au. Nein! Ich konnte dir eh einfach beitreten, das passt schon. Geht das Sturm einfach! Ja! Backpack! Oh. Ne? Oh, shit. Ja! Let's go! Oh, was soll dein geschissen, ey? Hallo! Hi! Ich kann mich schon wieder nicht bewegen, was soll das? Was? Er hat meinen Controller erkannt, aber ich kann mich nicht bewegen, ey. Du willst mich doch verarschen, das Spiel. Ich hasse es. Was? Scheiße! Ich häng fest! Du Penner! Hehehehe. Der Controller an, den Laufkerber. Hä? Der Controller an. Nein! 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 Ich seh mich selber nicht mehr! Was? Würde ich bei dem Spiegel gucken. Hä? Scheiße! Falsche Richtung, Niki. Hehehe. Ich könnte aber alles mit dir genommen. What? Loll! Christian, nein! Ich weiß nicht mehr, wo ich liegt. Ich weiß nicht mehr, wo ich liegt. Ich auch nicht. Au. Feuerball! Ich bin da durchgeflotten. Mioooom! Oh Scheiße! Ich war schneller, ich war auch schneller als der Feuerball gerade. Nein! Nein! Du Pisser! Da liegt immer die Bombe! Da ist er! Scheiße, ey. What? Wieso ist der Haken einfach durch dich durchgeflogen? Scheiße! Oh, ich bin übergeschoben. Fuck! Nein. Oh nein. Ach, Mann. Scheiße, Alter! Danke schön! Wie klären wir denn das jetzt? Ja, das ist ein guter Fall. Wie klären wir das jetzt wieder? So, ganz einfach. Was? Du warst zu weit unten, Nicky. Oh, ich habe einen neuen Charakter, den will ich spielen. Ah. Aussehen-Charakter. Tailbird. Das ist merkwürdig. Hm? Mein Controller funktioniert im Menü, aber sobald wir ins Spiel reingehen, funktioniert er nicht mehr. Hm. 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 Wohooo. Sauber. Oh. 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 Okay, ich habe keinen Plan, was der abgeht. Scheiße. Oh. 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 Oh, Scheiße, ich habe was mit mir meine Bombe gezündet. Oh. 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 Ich komm gar nicht mit der Steuerung klar. Oh, das war's. Nein! Ich bin schneller als der Feiermann, was soll das denn werden hier? Nein, die Uncool! Ach Mann. Sorry, Kevin. Kannst du dir ersparen. Sockst du dich auch mal? Nein. Jawoll, Junge! Scheiße. Nein. Ich werde meine Rache bekommen. SS Royale. Kann ich dir was sagen? Huh. Ja. Das war die Scheiße. Oh, fuck. Weitere Taste! Nein! Oh shit! Na super. Oh mein Gott. Oh, der wird so da... Boah, das... Neeee! Neeee! Der Will, wo bist du? Ich weiß nicht, ich war irgendwie außerhalb der Map gerade für einen kurzen Moment. Oh, scheiße. Oh, jetzt muss er auch nicht mehr. Nein! Was war das denn? Ich hab's doch voll wieder losgelassen gehabt. Oh, scheiße. Ich hab's doch gar nicht im Bissum. Neeee! 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 Nein! Verkackt! Nein! Oh, ich hasse es. Jedes Mal. Nein! Fuck! Ja, toll. Neeee! Nicci! Oh! Oh, 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 oh! Okay. Neeee! Neeee! Oh! Hund! Neeee! Oh! 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 ah wie unfair war das denn jetzt bitte kochen mann wie unfair war das denn ich war schnellvertretender weiter als du das war eigentlich ein guter move hat mich einfach umgebracht Diese Arcade entgebt mich niemals! Zu geil. Oh, du Pedder! Oh shit! Nein! Mann, das war doch wirklich unfair. Das war jetzt aber wirklich nicht komisch, ey. Ja, Niki tschützt halt. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Das macht mich jetzt traurig. Das glaub ich. Boah, voll in die Hand rein. Das war alle. Aaaaaaah! Ich will den der Gegner! Oh, ich hab mich getroffen! Shit! Shit! Scheiße! Nein! Ach kack! Diese Kack-Ecken! Was ist da für ne Scheiße hier? Ich hasse das! Ist das Scheiße-Ecken! Ich hasse das! Ich kann dir mal noch ein Stück Körper heißen! Oh! Oh! Dieser Feuerball verfolgt mich! Oh! Nein! Ich hab den Boost verpasst! Oh! Der Feuerball verfolgt mich! Ich hab den Haken! Ich hab den Haken! Ich hab den Haken! Ich hab den Falschen gekuckt! So Mist! Oh! Oh! Opfer! Du bist der Hinterr von uns beiden! Nein! Nein! Er ist jetzt das Opfer. Oh nein, wieso lieg ich denn so lang? Fuck. Mann. Ich hab keinen Eintritt. Au, au, au. Da war ne Kiste. Scheiße, ich verkack hier alles. Ich verkack hier alles. Das Problem ist, Chris hat nur ne Bombe gelegt. Ja, die hätte ich mal schön zurückgedrückt. Au, nein, warum? Ach Mann, wieso lag er denn schon wieder so lange? Hehehe, der ist auf meine Fresse. Von der Feuerwehr betracht ja. lasst uns diese runde viel spiel es 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 Mann, nein, ich hab aber auch jede Kiste. Hallo. Hallo. Oh. Hä? Au, au, au. Au, au, unten. Hä, Kisten. Ah, Mann. Ja. B-Mann. Oh. Oh, das ist eine leckerze Aus-Speed, ey. Ah, Mann. Yay, ich hab auch mal nen Sieg. Damm. Prost. Uh. So nicht. Hahaha. Ja, da kommt ne Bombe. Woo. Hahaha. Nein. Fuck. Ich nehm einfach alles mit. Scheiße. Uuuuuh. Oh. Oh, du Penner. af district. Scheiße. Uuuuh. Uuuuuuh. Neiin. Oah. Ich kann nichts machen. Kann man doch noch ein Streifen... ... Sorten. Ja, ich hab noch ein. Ja, ich hab noch ein. Scheiße. Das ist in die falsche Richtung! Scheiße! Komm schon, jetzt gewinnt er eigentlich! Oh nein! Fuck! Ja, ich hab mir meinen Haken abgenommen. Na ja, hast du ja gar verwendet. Hab ich? Ja. Ja, hast du doch gedrückt, ja? Ja. Mann! Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ihr habt euch selber getraten mit einem Rückkippe. Boah, ein Scheiße Eis ist nicht gut, Kevin! Verpiss dich! Ich mag Eiswolding an warmen Sommertagen. Oh. Neeein! Jaaah! Hahaha. Hahaha. Ah, Scheiße. Oh, fuck! Fuck! Feuerball, Junge! Das ist schlecht! Oh! Das ist der Feuerball, Junge! Ach, die Scheiße! Nein! Kevin, du kurz springst! Oh! Jaaah! Die geht gleich runter! Oh, ich hab zu Speed gegeben, Scheiße! Nein! Fucken! Alter, man sieht doch gar nichts mehr! Alter! Ich hab mich auch grad gefragt! Du warst doch schon längst... Oh Gott! Du warst schon längst außerhalb da oben gewesen! Mann! Cheatetet ja auch! Mach's ja auch einmal außerhalb! Was ist denn jetzt hier passiert? Oh! Jaaah! Wuh! Hehehe! Guck mal! Feuerball! Feuerball! Nein! Okay, man ist das Eis in da oben nicht! Du Penner! Oh! 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 Los! Fuck, ich war so schnell! Nein! Kisten! Noch mehr Kisten! Kisten! Ah! Kisten! Oh! Oh! Du bist doch voll durch! Oh! Scheiße, ey! Okay! Oh! 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 Ich weiß! Ich weiß! Das war scheiße! Das war zu früh! Nein! Warum hat er... Fuck ey! Warum? Hat er doch in die Richtung gedrückt! Oh geil! Nein! Och! Was? Kevin Kisten ist keine Werbung! Taren, Kisten ist keine Werbung! Haha, ich wollte... Mann! Diese Scheiße Kiste! Hallo! Au, au, au! Kiste? Warum bin ich allein der Ball? Scheiße. Gerd dich drauf, Mann. Jesus. Feuerball, Junge. Let's go. Nein, ich wollte nicht grad gucken. Nein, ich wollte nicht grad gucken. Christian, da kommt eine AG. Wieso hast du dich vernervt? Wieso hast du dich umgedreht, Chris? Weil ich zu sch... Oh Gott, Eisstrahl. Verpiss dich mit deinem Strahl. Fürs Kisten. Nö. Nein. Oh nein. Haben wir eine? Ja. Ich glaub eine geht noch. Go. Wow. Oh Mann, ey. Oh, ich hasse so eine Scheiße. Höh? Hey, soll ich die in Frank? Habt ihr grad nicht die umgebracht? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du kleiner Wegster. Oh wie ich den gekröbeln hab, Alter. Na, du hast dich alles kalt weggehauen, Alter. Oh fuck. Du kleiner Wegster. Oh Gott. Das war der Fall schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, wie sagt er mich erwischt? Nein, die Sack mit Feuerball. Oh shoot, Alter! Ähm. Ähm. Oh, wie ich den Schralen da unten schieße. Du, kleine Tauschgewicht. Huch, nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, oh, Kevin. Nein! Ach, Mann. Ach, ich habe noch Boost gehabt, ich honk. Oh Gott. Oh, nicht benutzt gehabt. Echt? Oh, honk. Höh. Ich habe noch Boost gehabt. Du kleiner Mixer, ey. Du kleiner Mixer. Ah, Feuerball. Oh nein. Oh shoot. Nein, das ist dumm. Tschau, Niki. Scheiße. Hä, wo stehen wir denn da? Okay. Äh. Christian, ich habe das Gleiche noch gemacht. Er hat es mal hinlegen. Ich waffe nicht! Du! Oh fuck. Ich hoffe auch trotzdem, dass du gewinnst. Hä? Ich hoffe trotzdem, dass du gewinnst. Fuck ey. Du darfst das nicht gewinnen? Ja, weil das nur noch eine Runde geht. Was ist das? Ich habe Kevin seine Luke aufgemacht. Du Penner. Das eine Mal, wo ich eine Chance habe, wieder eine Runde zu gewinnen. Nein! 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 Und Christoph! Mann! Das eine Mal! Du kleiner Mixer! Meine Fresse, ey. Das war doch mal wieder schön. Das Hass hätte ich ihn gehabt. Ja. Freundschaft mit Niki beendet. Äh. Das ist echt so. Und mit Christoph. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal wieder mit Sonnhaushalt. Ciao! Ciao! Tschüss!